Das Buch Strahlen für Kinder möchte mit Blick in die Vergangenheit und auf das Heute anschaulich erzählen, warum hier viele Dinge sind, wie sie sind, woher unsere Bräuche kommen und wie sich die Stadt im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Guck mal, hier gehst du zum Karneval, warst du nicht auch mal Prinz? Ja, das stimmt. Ich war auch mal Karnevalsprinz, aber da warst du noch gar nicht geboren, Nias. Themen wie Verkehr, Religion, Landwirtschaft und Gartenbau, Krankenhaus, Handwerk, Kultur und Mundart werden beleuchtet und mit Leben gefüllt. Hier geht es um die Feuerwehr. Jedes Kind musste auch früher schon zur Schule gehen. Aber Schule war damals ganz anders als heute. Viel strenger. Hinsetzen und Aufstehen auf Kommando. Und die Schrift sah auch völlig anders aus. Das Buch lädt ein zum Eintauchen in die bunte Vielfalt von Strahlen. Es ist ein Lese- und Vorlesebuch. Man findet Rätsel und Mitmachseiten. Das Buch ist ein Lese- und Vorlesebuch. Man findet Rätsel und Mitmachseiten. Das Buch ist ein Lese- und Vorlesebuch. Man findet Rätsel und Mitmachseiten. Das Buch ist ein Lese- und Vorlesebuch. Man findet Rätsel und Mitmachseiten.